hallo leute ganz kurz nur ihr hört es an unseren unglaublich attraktiven sexy stimmen wir haben uns jetzt echt dazu entschlossen den stream nicht zu machen bella hat großes halsprobleme mit dem reden ich habe fieber und mir geht es einfach auch richtig scheiße also ich glaube es bringt auch nichts wenn wir uns da dann jetzt hinsetzen würden und irgendwie durchquellen nur damit ihr irgendwie spiel verfolgen könnt während wir es noch nicht mal richtig moderieren können also ja tut uns leid ja haut rein bringt die punkte für uns und ja gute besserung wenn ihr auch krank seid tschüss